Was hast du für Schlangen? Ich habe eine Königsküter, eine Kornnatter und eine Königsnatter. Wie viele Jahre bist du schon Single? Wer bist du daneben? Ich bin Matthias. Kennt ihr beide euch? Ja. Dein Jahr klang so, als ob du hoffst, dass er bald von so einer Schlange gefressen wird. Hast du schon seine Schlangen gesehen? Ja, ja, alle. Angst einflößend? Das Interesse, was er dafür entwickelt hat, ist schon... Seltsam. Das Wort, was du sagen wolltest, war seltsam. Hat schon mal irgendwas, irgendwen gebissen bei dir? Also ich einmal, aber nur ganz lang. Also du wurdest gebissen oder du hast mal jemanden gebissen, Alter? Das ist auch eine krasse Ironie, oder? Wenn man zu dir kommt und man hat Angst vor allem den Vogelspinnen, den Pythons und was auch immer. Und dann bist du das, der einen beißt, Alter? Man ist so, ha, damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Das haut mich ja um.